Ich heisse dich herzlich willkommen zu einer 10-minütigen Atemmeditation, die du im Sitzen oder auch im Stehen kannst durchführen kannst. So wie es dir gerade lieber ist. Wenn du sitzt, nimmst du deinen Meditationssitz auf deiner Matte ein. Achte darauf, dass dein Beckenlicht nach vorne gestellt ist, sodass deine Wirbel in einer Linie gerade aufeinander gestapelt sein können. Deine Schultern hängen weit weg von den Ohren. Und achte darauf, dass auch deine Halswirbel dieser Linie gerade nach oben führen. Deine Hände liegen bequem auf deine Oberschenkel. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände aber auch etwa 2-3 cm unter deinem Bauchnabel aufeinander legen. Wenn du stehst, nimmst du einen leichten Ausfallschritt, sodass du Stabilität verspürst. Deine Knie sind nicht ganz durchgestreckt. Dein Becken liegt nach vorne gestellt, sodass auch deine Wirbel gerade in einer Linie nach oben gestapelt sein können. Deine Schultern hängen weit weg von der Ohren. Deine Nackenmuskulatur entspannt sich. Er du achtest, dass deine Halswirbel in dieser Linie gerade weiter nach oben folgen. Du nimmst einen tiefen Atemzug. Deine Achtsamkeit ist ganz aufmerksam auf deinen Atem. Du beobachtest und nimmst vor, wie die frische Luft durch deine Nase ein und durch deine Nase auch wieder ausläuft. Sollte die Gedanken aufkommen, lass sie einfach weiterziehen und reise mit deiner Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Deine Achtsamkeit ist ganz aufmerksam. Du nimmst drei tiefe Atemzüge und nimmst ganz bewusst wahr, sich deinen ganzen Brustkorb und Bauchraum füllt, öffnet. Wie ein Gefäss füllst du dich mit frischer Luft und Entspannung. Und mit jedem Ausatmen atmest du Anspannung und verbrauchst die Luft wieder aus. Du kommst zurück zu dem normalen, natürlichen Atem. und beobachtest du dich, wie sich die Entspannung anfühlt. Die Aufmerksamkeit ist ganz und gar mit dem Atem. Und dann, wie du frische Luft einst und verbrauchst die Luft, wenn du ausatmest. Und dann, wie du ausatmest. Und dann, wie du ausatmest. Und dann, wie du ausatmest. Deine ganze Aufmerksamkeit ruht auf deinem Atem, wieder frische Luft durch deine Nase ein und verbrauch die Luft durch deine Nase wieder ausatmisch. Die Nase aufmerksamkeit ruht auf deinem Atem, frische Luft ein und verbrauch die Luft durch deine Nase wieder ausatmisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Du beobachtest ganz aufmerksam in die frische Luft ein und verbrauch die Luft, wenn du ausatmisch. Du beobachtest ganz aufmerksam in die frische Luft ein und verbrauch die Luft. Du kommst mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück ins Hier und Jetzt, nimmst zwei tiefe Atemzüge, um dich zu wecken. Du bewegst langsam deine Glieder, fangst dich sanft an, strecken und recken, du bist frisch erholt, vital, hellwach zurück im Hier und Jetzt, und als letztes öffnest du sanft deine Augen, ich heiße dich herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt. Und jetzt, nimmst zwei tiefe Atemzüge, und jetzt, nimmst zwei tiefe Atemzüge. Und jetzt, nimmst zwei tiefe Atemzüge.